Wir gehen jetzt rüber zur Startaufstellung der Moto3, wo Ingenieure und Techniker an den letzten Details vor dem Start arbeiten. Wir gehen jetzt weiter. 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 Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Wir gehen. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Wir gehen. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter.